Heute testen wir das Sportstech Laufband F37. Sportstech hat uns schon häufig überzeugen können, doch bei Laufbändern sind sie bisher leer ausgegangen. Denn mit dem Sportstech F10, was wir im Test hatten, waren wir überhaupt nicht zufrieden. Da waren viele Marketingversprechen, die am Ende nicht erfüllt waren. Ich gebe den Berlinern heute eine neue Chance und zwar mit dem Sportstech F37, denn dieses Gerät wirkt wirklich sehr vielversprechend. Doch kann Sportstech endlich bei Laufbändern überzeugen? Wie immer findest du den Link zum Produkt unterm Video, wenn du es dir genauer anschauen möchtest. Wir beginnen mit dem Training, denn das ist der Grund, warum du dieses Gerät kaufen möchtest. Wir haben hier eine Spitzengeschwindigkeit von 20 kmh und das in Kombination mit einer maximalen Steigung von 10,5 Grad oder in Level gesprochen 15 Steigungslevel. Das ist wirklich ein gutes Paket, um auch intensives Training zu ermöglichen. Vielleicht kein 100 Meter Sprint, doch dafür ist das Gerät auch nicht gedacht, aber wirklich intensive, auch Intervalleinheiten sind auf dem Gerät kein Problem. Und deswegen kann ich sagen, hier kann ein Anfänger, wenn er halt auf einem niedrigeren Niveau trainiert, als auch ein fortgeschrittener Ideal drauf trainieren. Wir haben hier eine Lauffläche von 132 x 48 cm Größe und dadurch ist dieses Gerät auch für größere Menschen geeignet. Und außerdem federt diese Lauffläche, was sehr wichtig ist, denn beim Joggen hast du Stoßbewegungen und kommst immer wieder mit dem Fuß auf, was die Gelenke belastet, gerade wenn du auf hartem Untergrund joggen würdest. In diesem Fall hast du eine federnde Lauffläche, die die Belastung der Gelenke dadurch deutlich reduziert. Außerdem ist das Gerät relativ leise. Ich sage hier bei Laufbändern immer relativ leise, denn ein Laufband ist nie ohne Ton. Das liegt einfach an der Bewegung, die du dort hast. Du stößt immer wieder auf die Fläche, du hast ein Band, was sich darüber zieht. Dadurch entsteht einfach ein Geräusch. Es gibt aber lautere und leisere Laufbänder und hier haben wir eben ein leiseres Laufband. Ich habe aber schon Kommentare bekommen, wo mir vorgeworfen wurde, dass ich da irgendwie was falsch sagen würde. Es ist halt nur mal so, dass man beim Laufen einfach Geräusche erzeugt. Deswegen hat man keine Nullgeräusche so, aber es ist generell ein leiseres Gerät. Also, wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich überzeugt von dem Punkt Training, denn ich konnte hier wirklich intensiv drauf trainieren und bin auch an meine Grenzen gekommen. Das heißt, ich konnte jetzt hier wirklich alles ausschöpfen und musste mich nicht beschränken, wie ich das vielleicht bei günstigeren Geräten tun muss. Lediglich wirklich sehr, sehr intensive Sprinteinheiten sind hier nicht möglich. Kommen wir nun zum Computer, denn das ist ja mein Gegenspieler bei dem Training. Hier habe ich alle meine Werte im Blick. Ich lese dir kurz vor. Wir haben zum einen Zeit, Trainingsabstand, das Steigungslevel, Geschwindigkeit, ungefähr den Kalorienverbrauch und deine Pulsfrequenz. Deinen Puls kannst du sowohl über die Handsensoren messen, die neben dir so am Griff sind, aber noch viel einfacher über den Pulsgurt. Und hier haben wir wirklich einen tollen Pluspunkt. Der Pulsgurt ist im Lieferumfang enthalten, was ich super finde. Und Sportstech ist eine der wenigen Marken, die das machen. Häufig ist das einfach ein Zusatz, den ich noch zusätzlich kaufen muss. Und ich bin immer ein Fan davon, wenn man einfach ein Gesamtpaket bekommt. Außerdem ist der Computer mit einer App kompatibel und verfügt über eine Tabletablage. Das heißt, wenn du auch noch Trainingsprogramme von uns nutzen möchtest, ist das kein Problem. Du kannst einfach dein Handy oder dein Tablet dort ablegen. Du findest unter dem Video hier einen Link zu unserer Webseite, wo du Trainingsprogramme findest und kannst die dann benutzen, um dein Training abwechslungsreicher zu gestalten. Außerdem verfügt der Computer aber auch noch über voreingestellte Trainingsprogramme. Das sind ganze zwölf an der Zahl, was im Vergleich ein ganz guter Wert ist. Jetzt kein Spitzenwert, aber ausreichend. Generell verfügt der Computer über einen großen Display, der hell genug ist und alle Werte sind lesbar. Auch die Bedienbarkeit ist relativ einfach. Finde ich sehr wichtig, denn wir hatten auch schon Geräte im Test, wo ich alle Werte zwar theoretisch sehen konnte, aber beim Laufen ich irgendwie da nichts erkennen konnte. Das ist natürlich nervig. Hier nicht der Fall. Der Display ist definitiv groß genug. Nun kommen wir mal zu einem Marketingversprechen, wie wir das ja zum Beispiel beim Sportstech F10 hatten. Bisher hat das Gerät ja wirklich sehr, sehr gut überzeugt. Beim Sportstech F10 war das Problem, dass es online auch super aussah, aber in der Realität eher enttäuschend war. Aber hier bisher wirklich nicht der Fall. Es gibt jetzt einen Punkt und zwar einen Ventilator, den man irgendwie anschalten kann. Klingt online super, ist in der Realität eher so ein Mäh. Aber ich nehme das jetzt mal nicht groß mit in die Wertung, denn so einen Ventilator habe ich jetzt nie vermisst bei irgendeinem Laufband. Deswegen hätte man das vielleicht einfach weglassen sollen. Sonst hast du neben dem Computer auch noch Getränkehalter, was super ist, damit du einfach kurz beim Laufen auch noch was trinken kannst. Genau, also ich bin grundsätzlich überzeugt vom Computer, wenn wir bei dem Ventilator mal ein Auge zudrücken. Kommen wir nun zum Material. Das Material ist bis zu 150 Kilo belastbar, was für das Material spricht und auch sehr wichtig ist. Denn du brauchst beim Laufband einen stabilen Stand. Und selbst hier, wenn du auf die Steigung nach oben stellst und 20 kmh einstellst und richtig intensiv trainierst, hast du ein stabiles Gerät, was nicht rumwackelt und wo du dich auch drauf abstützen kannst. Denn das ist super wichtig, wenn du beim Laufen mal ins Stolpern kommst, dass du dich dort abstützen kannst, ohne dass das Gerät irgendwie zusammenbricht. Natürlich ist das wichtig, aber es ist tatsächlich nicht bei jedem Gerät erfüllt. Deswegen sage ich das nochmal so explizit. Dieses Laufband ist außerdem klappbar und kann damit auf eine Größe von 112 x 149 x 83 cm reduziert werden und verfügt außerdem über Transportrollen, wodurch du das Gerät auch aus dem Weg schaffen kannst. Wir haben hier auch ein modernes Design. Ich bin tatsächlich sehr überzeugt von dem Design. Wir haben hier auch ein paar LED-Elemente. Ich weiß, dass das viele Leute mögen. Deswegen nehme ich das mal als Pluspunkt auf. Ich bin nicht so der Riesenfan von LEDs. Ich finde, auch ohne die LEDs haben wir hier ein modernes Design. Deswegen ein Pluspunkt. Aber für jeden, der das mag, der kann die Lichter natürlich anschalten. Kommen wir nun zu einem Negativpunkt. Wie du schon gemerkt hast, hier haben wir bisher ein Gerät, was mich endlich mal von Sportstech bei den Laufbändern überzeugt hat und da bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Aber was ich sagen muss, ist, dass der Support bei Sportstech nicht der beste ist, gerade wenn ich das mit anderen Marken vergleiche. Das muss man einfach wissen. Trotzdem bekommst du hier ein super Gerät und ein ideales Gerät für Fortgeschrittene. Denn mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, was du hier hast, hast du alles, was du für ein intensives Training brauchst und kannst du wirklich lange damit trainieren und auch mal intensives Intervalltraining fahren. Du hast einen Computer, der dir alles anzeigt, was du brauchst und auch abwechslungsreiches Training ermöglicht und ein Material, was dem Ganzen standhält. Deswegen meine Empfehlung für Fortgeschrittene. Für Anfänger gibt es vielleicht nur ein paar günstigere Produkte, wenn man erstmal ein bisschen weniger ausgeben möchte. Und für Profis würde ich sagen, guckt euch vielleicht nochmal die Profigeräte an, die wir im Test hatten. Denn die haben in der Regel nochmal eine größere Lauffläche und nochmal ein bisschen besseres Material. Das ist dann aber wirklich für die Profis eher relevant, denn das geht auch nochmal in den Preis. Und ich kann hier sagen, meine Empfehlung für Fortgeschrittene ist das Sportstech F37. Das hat mich wirklich überzeugt und hat es tatsächlich zum Testsieger geschafft. Den Link zum Produkt findest du unter dem Video, wenn du es dir mal genau anschauen möchtest. Ansonsten abonniere und like, schreib gerne einen Kommentar, wenn dir noch irgendwas hier Fragen offen sind. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.